Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch die Crackling Fächerbatterie hier von Lone Star Fireworks. Das ganze Ding hat 25mm Kaliber, 25 Schüsse und ist gefächert geschossen. Mal sehen, ob die besser ist als die Double Deck von Explode oder ob sie auf dem gleichen Level ist oder schlechter. Das werden wir gleich im Test sehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zündung und los geht's. Heftiges Gerät kann auf jeden Fall mit der Double Deck von Explode mithalten. Absolute Kaufempfehlung. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Video. Ciao.